Ja, heute ist der zweite OP-Termin. Heute wird der neu gezüchtete Knoppel wieder eingesetzt. Dieses Mal in Regionalanästhesie statt in Vollnarkose wie das letzte Mal. Das heißt, ich werde den direkten Vergleich haben zwischen beiden Anästhesieverfahren. Heute heißt es dann tatsächlich Brille statt Pille. Ich werde es auch wieder versuchen ohne Prämedikation. Ja, und ich bin schon sehr gespannt. Es ist kurz vor sechs. Ich bin als Erster dran. Alles wird gut gehen. So, sind jetzt schon in der Vorbereitung. Wird gerade das Knie rasiert. Damit das gut zugänglich ist. Ich schaue mir gerade einen Strandspaziergang an. Hör das Meer rauschen. Wunderbar. Bin schön abgelenkt. Und trotzdem voll mit dabei. Kann oben und unten vorbeischauen. Das heißt, bewahre weiter die Kontrolle über die Situation. Kontrolle ist relativ, aber zumindest sehe ich, was um mich herum passiert. Ja, Ja, die OP hat schon gestartet. Ich kriege jetzt gerade den nachgezüchterten Knorpel eingesetzt, arthroskopisch. Ich habe einen Kreuzstich, der war unspektakulärer, als ich mir gedacht habe. Ich habe nicht wirklich viel gespürt. Ich habe währenddessen mir Bridget Jones angeschaut. Die läuft aktuell noch immer. Ich habe da noch immer die Möglichkeit, hier mit meiner Fernbedienung das Programm zu starten, zu pausieren, die Lautstärke zu justieren. Wenn es mich interessiert, was um mich herum passiert, kann ich da pausieren. Ich habe da ein bisschen Einblick in das Geschehen um mich herum. Ich bin super entspannt, schön warm. Es ist toll, dass ich hier die Möglichkeit habe, mich abzulenken, dass ich das nicht alles mitbekommen muss, aber die Möglichkeit habe, mich wieder einzuklinken. So, die OP ist jetzt seit ca. 6 Stunden rum. War sehr spannend, wach zu sein, auch mal einen Blick mit rein ins Knie zu werfen. Durch die Videobrille war ich echt komplett entspannt. War sehr, sehr positiv überrascht. Mich gefreut, das selbst dann zu testen. Alles gut gegangen. Jetzt bin ich auf meinem Zimmer stationär. Wird hier noch bis morgen warten. Brille statt Pille hat wunderbar funktioniert. Wenn Sie neugierig geworden sind und das Ganze einmal ausprobieren wollen, gehen Sie auf unsere Webseite. Fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an oder laden Sie auch unseren Innovationsreport runter zur audiovisuellen Sedierung als schonende Alternative in der Anästhesie.